Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren da oben auf den Tribünen! Als wir vor rund zwei Jahren mit der Situation konfrontiert wurden, dass die Haftpflichtversicherer die Versicherung der Hebammen gekündigt hatten, waren wir alle in Sorge, vor allen Dingen um diesen Berufsstand für die Zukunft auch sicher zu machen. Und vor diesem Hintergrund muss eben auch jetzt zeitlich diese Anträge der Linken und der Grünen gesehen werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich von Frau Möhring und auch von Frau Scharfenberg gehört habe, ist ein Szenario, wo ich mich wirklich wundere, dass wir überhaupt noch Kinder bekommen, dass sich junge Frauen und Männer auf den Weg machen, überhaupt noch Kinder in die Welt zu setzen, weil die Szenario, was Sie hier aufgemalt haben, einfach nicht stimmt. Wir sind als Gesetzgeber, die Bundesregierung und die Partner im Gesundheitssystem in diesen zwei Jahren auch keineswegs untätig geblieben. Und schon 2012, also schon vor vier Jahren, wurde gesetzlich klargestellt, dass die Krankenkassen steigende Haftpflichtprämien bei der Vergütung der Hebammen berücksichtigen müssen. Hebammen, die aufgrund weniger betreuter Geburten nicht für eine Prämie zur Berufshaftpflicht aufkommen können, erhalten für die Geburten seit dem letzten Herbst einen Sicherstellungszuschlag. Damit wird eine wichtige Voraussetzung für den Erhalt einer flächendeckenden Versorgung mit Hebammenhilfe erfüllt. Die GKV gleicht Kostensteigerungen der Berufshaftpflichtversicherung aus, die direkt mit der Berufsausübung der Hebammen zulasten der GKV zusammenhängen. Pro Jahr nimmt die GKV damit zwischen 4.000 und bis zu 6.500 Euro pro Hebamme, je nach Höhe der gezahlten Prämie. Mit der jetzigen Regelung wird nun, wie vom Gesetzgeber gewollt, ein individueller Haftpflichtenkostenausgleich für Geburtshebammen erreicht. Ja, ich weiß, der Vertrag über die Versorgung mit den Hebammen muss da eben in der Schiedsstelle entschieden werden, weil sich die Partner nicht einig geworden sind. Und ich weiß auch, dass der Deutsche Hebammenverband dagegen Klage erhoben hat, weil er seiner Auffassung nach verfassungsrechtswidrig ist. Warten wir also das laufende Verfahren ab. Mit dem Versorgungsstärkungsgesetz haben wir auch klargestellt, dass die Kranken- und Pflegekassen auf die Regressforderungen gegenüber freiberuflichen Hebammen verzichten, mit Ausnahme von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Damit trägt der Bund dazu bei, die Versicherungsprämien langfristig zu stabilisieren. Und gleichzeitig bleibt sichergestellt, dass ein geschädigtes Kind und seine Familie weiterhin die erforderliche Hilfe erhalten, wenn es zu einem Behandlungsfehler gekommen ist. Die Anträge der Linken und der Grünen gehen darüber hinaus. So fordern die Grünen, eine Neuordnung der Berufshaftpflichtversicherung für alle Gesundheitsberufe nach dem Vorbild der Unfallversicherung zu prüfen. Die Linke meidet zwar diesen Begriff der Unfallversicherung, fordert aber die Schaffung eines gemeinsamen Haftungsfonds für Behandlungsfehler zugunsten aller Leistungserbringer nach dem SGB V. Dazu gibt es rechtliche Bedenken, wie die Frage der Gleichbehandlung mit Leistungserbringern außerhalb der GKV und die Frage der Bundeszuständigkeit bei der Verpflichtung zum Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung. Für mich stellt sich aber ganz besonders die Frage, was bedeutet dies für die Patienten? Gibt es kein Verschulden mehr? Gibt es keine individuellen Fehler mehr, für die jemand einzustehen hat? Wird jeder Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Heilkunst zum Unfall oder zum Quasiunfall erklärt? Soll das die Patientensicherheit wirklich erhöhen? Ich fürchte, genau das Gegenteil wäre das Ergebnis. Ich denke, wir tun gut daran, die Anträge der Grünen und der Linken abzulehnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.